Der Aquadome, die Tiroltherme Lengenfeld, hat sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2004 als zukräftige Tourismusattraktion für Tirol und als führendes Thermenressort der Alpen etabliert. Die Tiroler Therme ist eines der erfolgreichsten Ressorts der Famed Vitality World. Unter dieser Marke betreibt der internationale Gesundheitskonzern Famed derzeit acht der beliebtesten heimischen Thermen und Gesundheitsressorts in sechs Bundesländern. Fast 20 Millionen Euro hat das Investorenkonsortium rund um die Raiffeisenlandesbank Tirol, die Bergbahnen Sölden, die Famed, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die Ordnergruppe, die Raiffeisenbanken im Bezirk Imst und die Gemeinde Lengenfeld nun acht Jahre nach der Eröffnung für die Erweiterung und den Ausbau des Aquadome in die Hand genommen. Das beeindruckende Ergebnis, ein neuer Hotelbereich mit 54 Doppelzimmern und sechs Familiensuiten. Ein ebenfalls neu errichteter 2000 Quadratmeter großer Spa-Bereich, exklusiv für Hotelgäste und rund 20 Tagesgäste. So wie ein um 500 Quadratmeter erweiterter und mit State-of-the-Art-Technik ausgestatteter Tagungsbereich mit nunmehr insgesamt 900 Quadratmetern Fläche. Wie ein Gebirgsgrad ragen die sechs bis zehn Meter hohen Holz-Glas-Fassaden des neuen Spa 3000 vom bestehenden Dach des Thermengebäudes in den Himmel. Sie gewähren perfekte Sicht auf die umliegenden 3000er und bieten attraktive Rückzugsmöglichkeiten für den ruhesuchenden Gast. Im Spa 3000 werden natürliche Produkte aus dem Tal inszeniert, allen voran typische Ötztaler und Tiroler Kräuter wie Arnika, Bergkamille und Zitronenmelisse. In der Alpenkräutersauna und im Kräuterpackungsbad kann man unter fachkundiger Anleitung der Badecoaches intensiv schwitzen. Die Moosgumpe ist ein mit echten Moospflanzen dekoriertes Entspannungsbad, in dem man bestens relaxen kann. Im Ötztaler Kristallbad genießen Badegäste Mineralien-Peelings und werden aus feinen Düsen mit Spurenelementen wie Magnesium, Jod und Selen besprüht. In den Schlaf entschweben und dabei Salz inhalieren. Im Schweberuheraum regenerieren sich Geist und Körper gleichermaßen. Ganz oben auf dem Dach eröffnen die Bergfeuersauna und unterschiedlich gestaltete Ruheräume perfekte Aussichten auf das Ötztaler Bergpanorama. Absolutes Highlight sind die Paarwannen mit Längenfelder Thermalwasser, direkt unter den spektakulären Dachschrägen des Spa 3000. Der Aquadom bietet anspruchsvollen Gästen nun einen noch höheren Erlebnis- und Erholungswert. Wer im Spa 3000 relaxt, der hat vielleicht noch nicht jeden Gipfel der Ötztaler Alpen bestiegen. Einen Gipfel hat er aber mit Sicherheit erreicht, den Gipfel des Wohlbefindens. Der Aquadom, das Ressort der Farmed Vitality World, setzt neue Maßstäbe im alpinen Tourismus. Der Aquadom, das Ressort der Farmed Vitality World, står数hake und unter den Ötzef. Der Aquadom wird hier in den讓 суп 결국 gut Eis Also sehen sie bei uns bondreiminamt. Dichーん als Exierte Tab οι Be circumstances bis zum Beispiel Dich sind sie bei uns Grie Eurodemokratisch Be comp microphone Untertitelung des ZDF, 2020